Zerstören Sie die Cyborg-Fabrikation. Also man hört diese Assimilierungsfabrik jetzt wahrscheinlich so lange, bis man die zerstört, ja? Gut, dann ist es wohl so, ne? Alter, habt ihr das gerade gesehen? Ja, die Dinger, die richten mächtig Schaden an. Jo, ein Titan haben sie zerpflückt, aber nur ein. Einen einzelnen haben sie ausgelöscht. Bedauerlich, aber okay, muss ich mitleben. Da haben sie ein Panzer stehen. Ich bin mal gespannt, ob wir von dort aus jetzt tatsächlich auch in die Basis reinkommen. Probieren geht ja bekanntlich über Studieren, ne? Schon mal eine kleine Offensive, ne? Aber ein paar kommen dann noch zu, komm. Hauptsache ist, dass die Tiberium-Felder hier frei sind, dass meine Sammler die ohne Gefahr betreten können. Also befahren können. Nicht betreten können, die fahren, die treten, die gehen ja nicht, die fahren ja. Einheit bereit. Oh! Das finde ich eine Frechheit. Der will meine Dings klauen. Ich meine, Tiberium will er haben. Er kriegt aber auch nie auf die Fresse. Wo willst du hin mit deinem Sammler, sag mal? Vor allem frage ich mich, wenn er hier vorbeikommt, wo sammelt er dann? Oder sammelt er hier? Tatsache, der sammelt hier. Och süß, kommt er mir mit Kampfpuggys. Süß! Ist ja niedlich. Ich nehm' ein bisschen Tiberium, ist ja jetzt runtergekommen. Ist ja auch überhaupt nicht riskant, ne? Der fährt da tatsächlich über den Hügel. Abfangen! Zerstören! Alter, was ist da ja jetzt los? Ja, okay, das kriegen meine Jungs hin. Gut, also wissen wir schon mal, von wo er kommt. Hehehehehehe. Richtig geärger, Kabal. Oh. Das tut mir aber leid. Oh. Armes Tütü. Oh. Ich werde dich mal bemitleiden, wenn ich Zeit habe. Hehehehehe. Ja, wo seid ihr denn? Kommt zu, Papa. Was hast du denn denn denn? Sag mal. Abfangen! Ja, hier unterwegs. Einheit bereit. Du doch, nee. Zieh dich zurück. Du alleine hast keine Chance gegen die Cyborgs. So. Dann wollen wir mal, wa? Ja, unsere erste Offensive gegen Kabal. Zerstören Sie die Cyborg-Fabrik. Einheit bereit. Jo. Alter. Lange hat der Cyborg ja nicht gelebt, ne? So, ich speichere das mal unter Glück. Wir haben ja guten Fortschritt gemacht bisher in der Mission. Das ist gerade mal ein Part jetzt. Also wir bewegen uns jetzt gerade mal im zweiten Part. Dieser Aufnahme. Das kommt ja auch noch dazu. Aha. Ich hoffe, die Brücke ist unzerstörbar. Einheit bereit. Was passiert, wenn ich den Staudamm zerstöre? Wird dann die gesamte Gegend überflutet? So wie es eigentlich auch sein sollte. Ich speichere das mal. Zerstören. Einheit bereit. Schade. Es hat jetzt einem nicht so viel gebracht. Ich hätte jetzt gedacht, die Gegend würde jetzt richtig schön überflutet werden dadurch. Aber... Oder wenigstens seiner Energie schaden würde. Einheit bereit. Aber anscheinend hat es nichts dergleichen bewirkt. Schade eigentlich. Wäre eine schöne Sache gewesen. So ist es ja nicht, ne? So. Unsere Offensive schreitet langsam voran. Da kommt Panzer. Panzer. Jo. Alter. Die Panzer kriegen auf die Fresse. Das ist Wahnsinn. Jo. Sogar der infizierte Cyborg hat schon eine Beförderung gekriegt. Alter. Was ist denn da los? Finde ich schon heftig. Ah, hier ist ein Tiberiumfeld, das Kabal schon gut runtergeerntet hat. Ich sehe das schon. Ja, Kabal. Ah! Was kommt denn da? Hehehehe. Ach ja. Ich liebe es, Sammler zu zerstören vom Gegner. Habe ich das schon mal gesagt? Zerstören Sie die Cyborg-Fabrik. Ja. Hier. Umfangen. Wenn meine Jungs nicht so dämlich wären, würde ich das gerne tun, ja. Einheit bereit. Das ist. Und tschüss, Mann. Einheit bereit. Der nächste Sammler kaputt. Das war jetzt bestimmt schon der vierte. Die Grenzengefahren. Jaja. Schon recht. Bald nicht mehr. Ja, bald habt ihr eure letzte Sequenz gestartet. Ha, 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 ha. Was? Einheit bereit. Habe ich nicht gesagt. Nein. Ich doch nicht. Sowas sag ich nicht. Nein. Leute. Kommt ihr denn auf sowas? Ich habe dich auch lieb, Kabal. Und tschüss. Eine Salve weg. So muss es sein. Das ist die finale Vernichtungssalve. Herrlich. Ich liebe dieses Spiel irgendwie. Ah, okay. Alles klar. Die Brücke hier ist kaputt. Das ist doof. Das ist echt doof. Die können wir auch nicht reparieren wahrscheinlich, ne? Ne. Schade. Kabal, Kabal. Du alte Misssau. Oder lacht das jetzt daran, weil wir den Staudamm zerstört haben? Kann natürlich auch sein. Einheit bereit. Kann ich euch beide mal ein bisschen weiter nach vorne haben, bitte? Oh, die eine hat aber... Oh. Wird gebaut. Der eine hat aber mächtig auf die Fresse gekriegt. Ei, 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 ei. Einheit bereit. So. Mal hier positionieren. Ich bin mal gespannt, was sich da hinter der Mauer direkt befindet. Verteidigungsanlagen scheinen ja keine zu sein. Zumindest bisher noch nicht. Kann ja noch kommen. Vor allem, ich mag auch die Musik von Tiberian Sun, muss ich sagen. Damals, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, fand ich die Musik ein bisschen gruselig. Heutzutage geht das. Ich fand sie auch irgendwie damals so ein bisschen unpassend zu Command & Conker, aber die passt eigentlich. Die passt recht gut. Man vermisst nur so ein bisschen das Act to Instinct zum Beispiel. Also die Lieder, die man so aus dem Tiberium-Konflikt kennt, die vermisst man so ein bisschen. Das stimmt schon. Aber keine Sorge, Freunde. Auch die kommen noch mal wieder. Zerstören Sie die Cyborg-Fabrik. Wenn auch in einer etwas anderen Version, sag ich mal so. Ne, ihr kennt ja zum Beispiel das Lied von meiner Endcard. Das ist nämlich auch ein Act to Instinct-Remix quasi. Von den Entwicklern. Aber von EA direkt. Das wird es nämlich auch nochmal geben in einem späteren Teil der Command & Conker-Reihe vom Tiberium-Konflikt. Ja, ja. Auch geil, ne? Da hinten steht ein dicker Obelis. Was greife ich an? Ich greife erstmal die Laserturme an. Oh, er resigniert schon. Was ist denn da los? Der verkauft sogar die Wachtürme! Was ist mit dir los bei Kabay, Alter? Einheit verlorent. Jungs, schießt hier mal kurz nach hinten, bitte. Danke. Zu wenig Geld. Soll ich ihn da nochmal anschleusen? Ach ne, die zerstören sie einfach. Okay. Auch gut. Keine Tarnung? Was ist mit dir los, Kabay? Du bist doch sonst der Meister der Tarnung. Erstmal die Artillerie, Freunde. Ich denke, die ist ungenauer geworden. Also dafür trifft sie noch erstaunlich gut. Auf die Fresse! Alter, wie viele Artillerie sie einfach mal hat. Defensiv Artillerie, ne? Alter. Aber das Thema schon mal erledigt. Genauso wie seine Waffenfabrik sich gerade erledigt hat. Noch ne Artillerie? Von wo? Ach, von da! Jungs! Stürmt die Anlage! Angriff! Zerstört das Vernichtungslager! Ich versuche bewusst, ich Konzentrationslager zu sagen. Zerstören Sie die Cyberfabrik. Tue ich. Ich arbeite dran. Einheit bereit. Raus mit dir, Jungen. Einheit bereit. So. Vernichtung! Der hat ja immer noch Geld. Was ist denn da los? Wieso hat der immer noch Geld? So, die Anlage schon mal aufgeräumt. Einheit bereit. Sir? Ernsthaft. Mist. Motor an. Erledigt. Einheit bereit. Ja? Zu wenig Geld. Ah, er kann Cyborgs also auch so bauen. Okay. Dann sollten wir diese Produktion mal unterbinden, wa? Der verkauft alle Gebäude. Warte los, Kabal! Angst vor dem Kampf, oder wann? Vernichtung! Vernichtet sie alle! Einheit bereit. Ja? Gucken wir mal weiter. Ist ja wie er mal ein riesiger Stützpunkt in der Art. Oh! Okay. Okay. Wird gebaut. Einheit bereit. Fliegst du hin, Alter? Abgebrochen. Einheit verloren. Zu meiner Basis fliegt er. Bau abgeschlossen. Ach, das finde ich auch schön. Er lebt ja immer noch. Das freut mich. Neue Baumöglichkeiten. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Du meinst, das kann dich jetzt auch retten, Kabal, oder wie? Bau abgeschlossen. Einheit verloren. Vernichten sie alle Einheiten von Kabal. Easy Befehl. Erledigt. Ja. Und Schissmann. Easy Befehl. Einheit verloren. Also die Vernichtungsanlage funktioniert eigentlich schon mal nicht mehr. Was? Wo? Ach, ich da. So. Das war sein Bauhof. Ah! Maestrone hat einen Gantan-Generator. Ja, ja. Easy Befehl. Kein Problem. Erledigt. Wie sie bewegen. Schlaues Kärchen. Ein Teil seiner Stützpunkte hat er getarnt, ein Teil nicht. Wird gebaut. Kabal, Kabal. Nicht schlecht, mein Junge. Aber auch das wird ihn nicht retten. Sir? Die Cyborg-Anlage dürfte, wie gesagt, zerstört sein, weil wir haben sie eigentlich komplett auseinandergepflüpft. Es ist nichts übrig. Gar nichts. Ah, gleich ein Volltreffer. Zu wenig Geld. Hat er gerade das Gebäude verkauft? Er darf nicht verkaufen. Ah! Feuer! Nochmal! Weiter! Keine Pause! Da ist es nicht die Kraftwerk. Feuer! Einheit bereit. Zerstört es. Genau so. Motor an. Motor an. Easy Befehl. Easy Befehl. Erledigt. Einheit bereit. Da war der Tank-Generator. Da ist er. Motor an. Nicht schlecht, Kabal. Erledigt. Alles andere hat er offengelassen, aber seine Energiequellen hat er getan. Einheit bereit. Nicht schlecht. Erledigt. Erledigt. Vernichten Sie alle Einheiten von Kabal. Aha. Sie hat das also als Einsatzerfolg gewertet. Gut. Sehr schön. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir die vorletzte Mission ja fast. Da trafst du aber. Einheit bereit. Sie bläst. Ja. Wie gesagt, die können nicht mehr assimiliert werden. Also das ist ein Auslöser, der geht selbst danach noch weiter. Auch interessant. Einheit bereit. Jo, jo. Also nach Tiberian Sun, äh, Feuersturm, ich glaube, das kennt ihr ja schon, wird es wie eine kleine, ich glaube, diese Mal eine etwas größere Pause geben, was, äh, Tiberium, das Tiberium-Universum angeht. Danach würde ich ja gerne das Alarmstufe Rot-Universum noch angehen. Danach folgt da auch eine Pause, denn der Reihenfolge nach ist nämlich nach Tiberian Sun Alarmstufe Rot-2 Generale dran, also Generals, da ich, Entschuldigung, da ich davon aber die zensierte Version habe, also höchstwahrscheinlich die zensierte Version, beziehungsweise es ist eigentlich die zensierte Version, ja, würde ich als nächstes, als nächsten Commander-Teil gerne, äh, Generale machen, mit drei völlig unterschiedlichen Fraktionen, drei völlig anderen Fraktionen, im Gegensatz zu diesen Fraktionen jetzt hier in Tiberian Sun und auch in Alarmstufe Rot. Also die haben wirklich nichts gemacht, alter, hier ist ein riesiges Tiberiumfeld, warum baust du das nicht ab, Junge? Ach, guck mal, da hat er tatsächlich noch einen Sammler. Speichern unter Glück, lalala. Also damals wäre jetzt erfolgt, Einsatzziel erreicht, ne, also meistens war ja der Sammler im Tiberium-Konflikt immer die letzte Einheit, die übrig blieb. Ich glaube, bei mir im Let's Play ist es nicht unbedingt, da war es irgendwas anderes, Flarak-Stellung oder sowas. Na, na. Irgendwo hier schwört doch bestimmt auch was Blaues rum. Blaues Besoffenes. Ah, hier, ein Cyborg, okay. Ein kleiner Cyborg. Was? Achso, das ist meiner. Ich wollte gerade sagen, so, hä? Vernichten Sie alle Einheiten von Kabal. Tue ich. Ich arbeite dran. Instruktionen. Ja, vernichtet den Cyborg, den wahrscheinlich Letzten von Kabal in dieser Karte. Ach ja, die können ja über Wasser fahren. Ja? Ja? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR